Ein rätselhafter Schimmer Ganz tief in seines Augen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur, ich kann halt, Liebe nur und sonst gar nichts. Männer unschütteln mich wie Motten um das Licht und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt, Liebe nur und sonst gar nichts.